Wer mehr sieht, kann besser arbeiten. Diesen Grundsatz hat Fendt konsequent verfolgt und mit dem Allrad-GT-Programm eine neue Alternative im Traktorenbau geschaffen. Zwei Leistungsklassen mit 65 und 80 PS werden als Allrad-Freisichttraktoren angeboten. Eine spezielle Hochradausführung ergänzt das Programm. Die neuen Allrad-GT. Das ergibt von engagierter Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Traktorenkonzepte. Die Fendt Allrad-GT sind echte Freisichttraktoren. Keine Motorhaube stört den Blick nach vorn. Der Fahrer arbeitet ohne Halsverrenkungen optimal im Schaufrausprinzip. Eine großzügig verglaste Kabine und die besonders gute Fahrposition tragen zusätzlich zu bester Sicht bei. In Neufend Allt geben alle Bekannten und Anteile des Seekündigalters und seine Beiarbeit braucht eine gute Verleichtung. Bei der Vorderachse mit Selbstsperredifferential wählte Fendt eine neue Vorderachsgeometrie mit 5 Grad Nachlaufwinkel und negativem Lenkrollradius. Das Ergebnis ein Lenkeinschlag bis 50 Grad, dadurch ein sehr günstiger Wendekreis und schließlich ein besonders präzises Fahrverhalten bis hin zu 40 Stundenkilometern. Einen besonderen Vorteil bieten die Fendt Allrad-GT dank ihrer idealen Gewichtsverteilung. Im statischen Zustand ruhen 70 Prozent des Gewichtes auf der Hinterachse, 30 Prozent vorn. Diese Konzeption ermöglicht hohe Zuladungsreserven im Frontanbauraum, den Einsatz von Frontgeräten ohne Kopflastigkeit des Fahrzeugs und garantiert eine vorbildliche Bodenschonung. Drei Anbauräume bilden die Voraussetzung für einen besonders wirtschaftlichen Einsatz. Die Frontanbaumöglichkeit, die am Heck des Fahrzeugs und schließlich ein Zentralanbauraum über der Vorderachse. Hier lassen sich ein 2000 Liter Brühebehälter, ein Frontlader oder eine Ladepritsche mit eineinhalb Tonnen Tragfähigkeit einsetzen. Diese vielseitigen Anbaumöglichkeiten sind geradezu ideal für die verschiedenen Gerätekombinationen. Sie erlauben zeitsparendes und damit wirtschaftlicheres Arbeiten. Beim Pflügen oder bei der Bodenbearbeitung beweist der Fendt Allrad-GT hohe Leistungsfähigkeit. Großdimensionierte Gürtelreifen, Sperrdifferenziale in beiden Achsen und die moderne Regelhydraulik garantieren Kraftübertragung mit hohem Wirkungsgrad. Der 40 Stundenkilometer Spargang gehört beim Fendt Allrad-GT zur Serienausstattung. Damit können bei eingelegtem Spargang 25 Stundenkilometern und reduzierter Motordrehzahl bis zu 30 Prozent Kraftstoff eingespart werden. Die Zeitersparnis beim 40 Stundenkilometer Schnelltransport beträgt ebenfalls bis zu 30 Prozent. Fendt Allrad-GT eignen sich hervorragend für Arbeitskombinationen. Aufeinander abgestimmte Front- und Heckgeräte, separat geführt von jeweils der Vorder- und Hinterachse, erhöhen die Arbeitsqualität durch weniger Fahrspuren, vermindern erheblich den Bodendruck und sparen Zeit. Hacken und Pflegen im Schau-Voraus-Prinzip. Durch die integrierte Fronthydraulik arbeiten die Geräte so nah wie möglich an der Vorderachse. Lenkbewegungen werden somit präzise auf das Gerät übertragen. Das Zentraldrehgelenk in der Fahrzeugmitte garantiert eine optimale Bodenanpassung der Frontgeräte. Die selbstfahrende Spritzanlage. Ausgestattet mit einem Front- und Heckbehälter ist der Allrad-GT ein schlagkräftiges System für Pflanzenschutzmaßnahmen. Mit bis zu 3000 Liter Brühevorrat bietet das Allrad-GT-System hervorragende Voraussetzungen für Pflanzenschutzmaßnahmen größerer Flächen. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung übt nur minimalen Bodendruck aus. Bei Volladarberat GT unübertroffen. Die Gewichtsverteilung gewährleistet volle Schubkraft aller vier Antriebsräder, ohne zusätzlichen Ballast im Heck. Auch bei gefüllter Frontladerschaufel oder Rübengabel. Die ungehinderte Sicht auf Ladegut und Ladeschaufel sind weitere entscheidende Pluspunkte. Der neue Fendt Einfahrfrontlader lässt sich in Minutenschnelle an- und abbauen. Einen exklusiven Vorteil stellt das Zentraldrehgelenk dar. Es ist in der Fahrzeugmitte angeordnet und erlaubt einen Pendelwinkel der Vorderachse von stattlich 5 Grad. Diese besondere Beweglichkeit garantiert optimales Fahren auch in extremsten Geländesituationen. Bei der Arbeit mit Frontanbaugeräten gewährleistet die Drehgelenkslösung von Fendt ideale Bodenanpassung und unübertroffene Hangsicherheit. Einen entscheidenden Schritt nach vorn hat Fendt mit der Entwicklung des Allrad GT in der Hochradversion getan. Diese Version hat eine Bodenfreiheit von 72 cm und erlaubt besonders pflanzenschonende Einsätze und Anwendungen auch in Zeiten fortgeschrittenen Wachstums. Die Gestaltung der Kabine à la Allrad GT folgt modernsten Erkenntnissen und bietet dem Fahrer einen idealen Arbeitsplatz. Die gesamte Kabine ist schall- und schwingungsisoliert auf Gummielementen gelagert. Eine große Bodenplattform ermöglicht bequemen Einstieg und komfortables Platznehmen. Alle Bedienungshebel sind griffgünstig zur Fahrerposition angeordnet. Gute Sicht und leichte Bedienbarkeit sämtlicher Steuerungselemente steigern die Leistungsfähigkeit des Fahrers und die Präzision seiner Arbeit entscheidend. Der ständigen exakten Information dient ein neu entwickeltes Digitalinstrument. Mit bisher unerreichter Genauigkeit gibt es Auskunft über Fahrgeschwindigkeit und Betriebsstunden sowie wahlweise über Motor- oder Zapfwellendrehzahl vorn oder hinten. Der Superkom-Vorsitz bietet eine enormisch ausgereifte Sitzposition. Seine Federung ermöglicht ermüdungsfreies Sitzen auch bei längerem Einsatz. Bei der Wahl des Antriebskonzeptes erhielt der besonders kompakte Dieselmotor mit Luftkühlung den Vorzug. Die hochwertigen Vierzylindermotoren zeichnen sich durch ihren reichlich bemessenen Hubraum aus. 100 mm Bohrung und 120 mm Kolbenhub ergeben beim Vierzylindermotor des 365 GT Allrad 3,8 Liter Hubraum. Aus 102 mm Bohrung und 125 mm Hub resultieren beim 380 GT Allrad 4,1 Liter Hubraum. Bereits bei niedriger Drehzahl steht ein hohes Drehmoment und damit viel Durchzugsvermögen zur Verfügung. Zusammen mit dem günstigen Leistungsgewicht wird eine schnelle Beschleunigung der Geräteträger erreicht. Erstmals hat Fendt bei seinen neuen GT-Modellen den Motor mit einer Teilkapselung ausgestattet, die einen besonders niedrigen Geräuschpegel gewährleistet. Die kraftvolle Leistung der Motoren wird über ein 21-6-Gang-Overdrive-Vollsynchrongetriebe übertragen. Ein hochwertiges Investitionsgut wie der Fendt Allrad GT wird durch seine besondere Servicefreundlichkeit komplett. Die schnell kippbare Kabine bietet dazu die Voraussetzungen. Alle Aggregate für Service- und Einstellarbeiten lassen sich leicht erreichen. Das spart Zeit und Kosten. Die neue Alternative im Traktorenbau. GT von Fendt. Überlegene Maschinen mit Systemvorteilen. Die wirtschaftliche Lösung auf höchstem technischen Niveau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017